Und damit, ja hallo und herzlich willkommen zurück zu Heroes of the Storm, nach langer Zeit wieder mit dem Pascal dabei. Ja hallo. Und wir sind heute als Cholesterin und Gallensteine unterwegs, schon geil. Ich schneid das einfach vor, das Video mit dem. Naja. Dann versteht man den Witz irgendwo. Vielleicht. Ich wollte gerade geil, äh, Guide suchen und was kommt als erste hier? Gallensteine. Gallensteine. Ja, Cholesterin und Gallensteine. Ja, und, äh, genau, wir sind jetzt doppelköpfig unterwegs und ich hab echt keine Ahnung, wie wir den spielen sollen. Keine Ahnung, ich bin fett. Nein, ich bin Kopf. 0,3. Äh. Äh, eins, was? Das Anziehen war ja wieder bestens. Ja, ich weiß nicht, Quest hier, Zunder oder Verzehrendes Feuer? Wir, wir machen mal auf Wave Clear, ja? Okay. Okay, Verzehrende waren für jeden Diener, der in der Nähe getötet wird. Achso, also wir müssen den nicht direkt damit töten, aber ich bin ja fürs Positioning zuständig, deswegen, äh, läuft hier schon mal, würde ich sagen, komm. Pam. Easy. Easy. Okay, da ist gerade jemand gestorben. Egal. Noobs, ey. Noobs, nur Noobs hier unterwegs. Naja, komm, ich schmeiß da mal ne Dings hin. Ey, 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 lange nicht mehr Shogal gespielt. Ich bin auch mal ein bisschen überfordert. Weißt du, der Rüstos ist ja mega klein, ne? Huh. Ach, fuck. Ja, ich meine, du musst sie hochjagen. Ja, ich weiß, weißt du, wie lange... Was? Ich, 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 ich hab ne zweiwoche, ich hab ne zweiwöchige Pause gemacht. Ja, ich wollte gerade sagen, das stimmt. Du hast lange nicht mehr Heroes gespielt. Boah, Alter, der kann ja jetzt direkt vorstürmen, ist ja brutal. Oh, fuck. Lauf. Wollt gerade sagen, dieses... Du kannst mich boxen. Ah, ich kann dich boxen. Du hast, äh, keinen Mount, sondern schneller Boi... Schneller Junge, oder wie das heißt, oder keine Ahnung. Lauftölpel heißt das ganze Kram. Schubsen heißt das. Oder schubsen, okay, damals hieß es Lauftölpel. Wie gesagt, Shogal das letzte Mal gespielt vor dem eigentlichen Rework. Ich hab echt keine Ahnung mehr. Ah ja, und du hast diesen komischen Dings, ne? Dieses Späauge da. Ja. Auch als Passive mit drin, ist natürlich ganz geil. Mensch, ich muss mal nicht vergessen. Ja, ich will uns mal ein bisschen auffüllen hier. Oh, fuck. Komm, gib ihm hart. Und der ist tot, glaube ich, hoffe ich. Wenn er jetzt nicht nochmal seine Q hat. Ist er. Okay, ich glaube, wir gehen mal kurz nach Hause. Rundbombe kehrt zurück. Ja. Ja. Machen wir einfach mal. Machen wir? Machen wir. Da habe ich mir Zeit drauf zu reagieren. Boah. Das ist so ein bisschen so Abatur-Feeling, ne? Ja, ja, du musst nichts machen. Hallo, ich muss hier für zwei denken. Nein, eigentlich nicht, aber... Nein, du musst für zwei essen. Ich muss für zwei laufen. Und für zwei essen. Bestimmt genug. Boah, jetzt gib ihm hier hart. Gib ja. Die Olle. In die Fresse. Den auch noch. Wohohoho. Weg. Wuhu. Das war gut. Das war tatsächlich echt schlecht, Mensch. Kurz Heilbrunnen. So. Das ist voll anstrengend. Ich bin voll überfordert. Ich weiß gar nicht. Ich muss hier gar kein Commentary mehr machen. Das reicht schon, wenn ich hier einfach nur... Wuhu. Wollen wir mal gucken. Das ist echt nur stehen. Stirb! Alarm. Aber die gängen hier auch schon wieder hart, ne? Die sind alle unmaulterwegs zusammen. Dead Dodge. Easy. Ich wollte eigentlich die Schattensalve da nehmen. Ja, okay. Dann nehme ich das Ranziehen. Das ist, glaube ich, sinnvoller dann. Geklaut. Elf. Abgebucht. Der Typ, der da so richtig hart ausrastet. Das ist lustig. Das ist lustig. Lustig. Das ist lustig. das ist die hier, weil hier das bei meinem Map-Objekt dauerhaft aktiv ist. Okay, gut, gut, gut. Auf? Auf wo der Erde ist das, ne? Ja, okay. Ja, die rasieren eh, passt schon. Jetzt müssten eigentlich nur noch... Hab ich. Äh, weg? Hm, ja, ja. Oh shit, oh shit, oh shit, ah. Ah, passt schon. Haha, little waxer. Pam, rasiert, so. Er läuft doch eigentlich, läuft ganz gut. Hätte ich nicht gedacht. Müll Tode? So, jetzt müssen wir mal, äh, ich muss mal den Quest ein bisschen erhöhen, also Diener töten. Bisschen auffallen, ne? Ja, ein bisschen auffallen, Diener töten, so. Im üblichen Bums halt. La-da-di, la-da-du, la-da-dam. Vorsicht, Probeos da hinten? Ja, ja, gut. Gut doch. Ich kann ihn? Ja, da unten nicht. Ah, da war er. Halt. Ich würde die Finisher einsetzen. Ja. Oh, Alter, das Schubsen ist mega mies. Ja, das Schubsen ist mega mies. Haben wir die Kasse, so. Dienerische Held, ich fand schon. Ne, zwei Prozent ist nicht so viel. Aber wird hier in dem Skillbaum vorgeschlagen. Und das Geschwindigkeit um fünf Prozent. Ohne Sprengung verändert die Abklingzeit. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich bin etwas überfordert, gebe ich zu. Wie weit die rollt noch am Ende da. Voll heftig. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Ich glaube, das war ein Mülltalent, was ich da gerade genommen habe. Ein Mühltalent. Ein Mühl? Ja. Ein Mühlers Talent. Oh, Mann. Absprache null. Ah, ja. Wir spielen das hier ja nicht auf Persön-Niveau. Ja, ja. Geil möchte Kills machen, Joe möchte lieber Creeps. Ja. Komm, acht Münzen sind acht Münzen. Wenn die drin sind, ist es schon mal geil. Ja, gut, unten ist der Tower natürlich noch bedingst, ne. So, jetzt laufen wir einfach ein Stückchen vor den Weg und dann ist es doch cool. Komm her, na los. Jetzt gibt es auch unseren Schmauze. Kannst du die D auch aktivieren? Ja. Ich habe die gerade aktiviert. Aber ich glaube, jetzt kannst du sie aktivieren. Ja. Ich hatte sie eben gerade aktiviert, wenn ich mich rückgemacht habe. Achso, die hat einen Abkling, ne? Beziehungsweise, jetzt kann ich sie wieder aktivieren. Achso, okay. Das ist ein... Das ist ein... Ich dann, du dann nicht, dann nur... Achso, okay, 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 okay. Ja, ich brauche den Dings ja nicht, also. Kannst du das ruhig anmachen, mir ist das egal. Ich habe prügelt ihn, Alter. Dick von vier. Wie er sich da durchboxt. H1 auf Schnauze. H1 auf Schnauze. Preisboxer-Joe. Ja, warum haben die keinen Klitschko-Skin? Ja, ja, Mann. Nee, die Klitschko-Brüder, ne? Was Besseres gibt es doch gar nicht. So, jetzt von hinten ziehen wir die rein. Und dann... Ja, komm, hier. Zack. Kleinkrieg war tot. Ja, den Kleinkrieg war tot. Ich hätte mich nur gerne... Ach, komm, den auch noch. Passt schon. Nice. Ah, guck mal, wer da kommt. Und... Löchel. Hallo. Spock sie, Alter. Ich dich zum Schnauze. Klitschko, Alter. Nadine und Vitali. Alter, das ist genial. Ja, das ist wirklich genial. Weißt du, nur damals, als du uns Blaze gemacht hast. Und die könnten so geile Dialoge haben. Ist wirklich so. Bleh mich. Immer, wenn wir zwischendurch etwas Hunger hatten, hast du uns Blenies gemacht. Hm? Die waren grauenhaft. Mhm. Ich glaube doch mal... Ich meine, es gab mal einen Skin-Wettbewerb für, ähm... Für Heroes, weißt du? Von Fans ausgesuchte Skins, beziehungsweise erschaffene Skins. Da gab es ja unter anderem auch einen, ähm... Hausmeister Leoric, der dann mit einem Wischmob um sich geschlagen hat und eine Klo-Kabine hochgezogen hat. Fand ich auch mega gut. Aber der für... Der Dings, der, ähm... Klitschko-Brüder-Skin, ey, meine Fresse. Das mal eine Idee. Weißt du, ne? Falls ihr hier jetzt, äh... Ja, ja, genau. Blizzard, äh... Bei Blizzard seid oder da Kontakt dazu habt. Ja, ich... Ich positioniere uns nun mal falsch. Das ist das Problem. Oh, oh. Wir brauchen mal Hilfe. Jetzt wird's echt eng. Ah, okay. Erster Tod. Egal. Aha. Der muss werden sie ja wohl nicht machen. Ich trau uns. Hat der hier einen Pylon? Oh, okay. Wie holt der den weg? Oh, oh. Hallo. Willst du mir mal ein Auge einfasst? Ah. Ganz richtig ins Auge pie. Hm. Hm. Ja, die... Schubst mich. Schubst mich, hau mich, schlag mich, dreh mich. Wir brauchen mehr Minzen. Ja, nicht nur das. Da kommen sie doch. Niemals den Tank fokussen. Oh, tippe, schlag. Au. Ah. Aua. Und Hämmer da hinten einfach nur... Piu, Piu, Piu. Ich glaube, auf einer Teamfight-basierten Map hätte es mehr Sinn gemacht, wenn ich tatsächlich ein Teamfight-Quest genommen hätte, beziehungsweise erhöht die Heilung von... Wie heißt die Scheiße? Verzerrender Brand. Umso und so viel wegen... Mit Dings und so. Boah, ja, gib ihn mir, Alter. Nice. Look how easy this is. Ja, jetzt gucken wir da nochmal hinten hin. Boah. Oh. Ah, fuck. Ah, zu früh. Ich hab zu früh. Ist aber okay. Nicht schlimm. Flüfft er jetzt da rein. Und deshalb bin ich die Königin. Ja, der kann natürlich jetzt hier Verteidigung auf Doom aufbauen. Der Wichser. Oder wir ziehen ihn einfach mal raus. Scheiße. Egal, kriegen wir trotzdem. Nervensäge. Alarm, wir brauchen Hilfe. Oh, oh, wir brauchen... Kannst du mich mal schubsen, bitte? Ich hab gerade schon geschubst. Ja. Okay, okay, okay. Au. Der Totenkopf auf dem Schiff von dem Geisterpiraten ist übrigens Easter Egg. Der Totenkopf, der auch bei den Raiders drauf ist. Also bei Raiders Elite-Truppen. Söldner-Truppen. Loi. Man setzt den auf dem Segel. Ja, auf dem Segel. Oder den vorne dran. Nee, nee, nee. Nee, den auf dem Segel. Dieser Totenkopf, das ist interpretiert, beziehungsweise angelehnt an den Totenkopf oder an das Symbol von den Söldnern von Rainer aus StarCraft. Wer hätt's gedacht? Das ist das Symbol S. Das steht für Hoffnung. S. Hoffnung. Ja, genau. Super. Wir müssen, glaube ich, mal zu dem... Nee. Also oben sind zwei. Ja. Ich gehe trotzdem runter. Beim Käpt'n ist... Wir gehen mal anders. Ja. Dim. 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 Oh, hallo! Moin, Werner! Moin! Warum kriegt ihr keinen Schaden? Alter, das macht nicht so viel Schaden. Nicht mehr? Das hat damals so mega viel Schaden gemacht, hatte ich so das Gefühl. Na guck mal, das war doch easy. Flanked auf Doom hier. Das war wirklich ganz gut. Oh man, ich hab auf die Karte getippt. Scheiße. Ja, hör mir auf. Ist schon. Hallo. Ich hoffe, ihr habt Lust, meine Schätze, Kameras. Ich kann ohne. Ja. Ja. Wirst du die Blitze machen, du? 206 pro Ding. Na, das ist auch schon nicht wenig. Ja, aber das macht halt nicht so ultra viel Schaden. Das ist schon stark. Aber... Ja, ist schon okay. Aber nicht sogar. Ja, und dann jetzt halt drücken. Ganz fest. Äh. Oh, leu. Ich tu dir weeeh. Nein, scheiß. Geh mal, Rechte. Ach, Quatsch. Ich glaube, Rampstein ist sogar frei. Ist auch egal, wir haben gewonnen. Die GEMA gibt's doch auch gar nicht mehr. Ne, die gibt's ja nicht mehr. Also, die gibt's zwar schon noch, aber... Die sind nicht mehr so wichtig. Ja. Seitdem eh nichts mehr monetarisiert wird auf YouTube, sind die nicht mehr wichtig. So. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ha, wer hat's gedacht. Ich schwörst du am meisten Schaden gekriegt. Ich fand dich so... Tja, du bist nicht dabei. Also vote ich ihn direkt für dich mit. Also bạn... Ja, das geht's noch nicht. Aber ich kann... Ich bin da nicht mehr.